Das ist ja der originale Zelt-Experte, Dauercamber. Servus, moin Thorsten, Thorsten, hi. Und das du bist? Das ist der Kollege hier. Und du bist der Kollege? Ja, jetzt haben wir noch Zeilen genommen, warum heute schon schwarz geschlafen. Hier, was hast du denn da? Du hast mir dein ganzes Zimmer mitgenommen. Du kommst doch gerade vor Wohlo. Ich bin ja schon seit, keine Ahnung wann unterwegs hier. Seit halb eins bin ich schon unterwegs. Echt, so lang? Ja, sicher. Hey, Danny, komm her. Ja, hier rein gleich. Was? Wir sind um elf losgegangen. Das ist scheiße, gell? Und das hingenehmt. Ja, das ist doch Fass. Wir haben aber nur noch das Separate, ja. Hatste? Ja, jetzt. Machen wir erstmal eine schöne Habernacht zurück. Boah, zwei riesen Koffer habt ihr. Wie lange wollt ihr hier bleiben? Ja, das ist ja Flachbild haben sie auch drunter. Ja, die Playstation. Wo ist das? Hat das in der Mitte aus? Was ist denn ein LCD, Alter? Ja, das ist ja lieb. Das ist ja so. Das ist ja so. Wie sauer. Ja. 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 Heeeey! Guck mal, lieben Weihnachten! Ey, ist der Putt, Alter! Hä? Ist der kaputt? Oh, ihr Matze! Das ist nicht mir! Ich hab damit nichts zu tun! Da hast du auch eine Steckdose, oder was? Ja, das sind schon drei Jahre im Steckdose, oder was? Ja, draußen! Draußen Steckdose! Hast du die Weihnachten, oder? Ja... Ey, das hier ist... Ey, sag mal, Chef, ist noch frei, oder was? Da ist euer Zeugschotte! Alter, das ist so echt! Oder hab ich's da reingeschmissen? Da ist auch schon da... Das wurde ausgeworfen... 1,390 breite, Alter! Ah, ja! Tret mir nur noch drauf! Komm mir klar, ihr Schnecke! Hä? Ja, unser jüngster Kerl! Der jüngste, er ist der jüngste! Ja gut, das ist ja nur... Das ist ja nur dein Kollege! Nix jetzt dagegen, aber bist kein... Guck mal, das ist mein Kollege! Echt? Ja, genau! Ja gut! Mein Klan ist schon hier anziehen, ey! Ich hab ja da so Kaufen gemacht! Es ist ja wie bei einem Grosse hier, Thorsten, seiner Kaufen! Auf! Aufziehen! Aufziehen! Hier passiert alles, was nach... Aufziehen! 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 Ja, das wird nachher im Netz verkauft! Bei YouTube! Ja! Unter Danny versus... 200.000.000! Ja! Ja! Wo war das? Wo war das? Ja! Knobbel! Ja! 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 Welcher war mir? Das war die beste Idee, die wir hatten, ne? Das ist von mir? Okay! Cola! Vor allen Dingen haben wir eins nur und anders drauf! Wer braucht noch mal Cola drauf? Nein, danke! Ja, mir! Nur der Cola! Nur Kuba Libre! Hä? Hä? Wir haben jetzt noch ein drittes Spiel... Was? Nur Libre! Nur Kuba! Thanks! Ich hab eh... Wie ist das? Ich hab schon weg... Wo? Ja! Ja! Jetzt hat doch extra! Willst du noch mit dem Rucksack? Willst du hier einziehen? Nur Kuba Libre! Nur Kuba! Nur Kuba! Nur Kuba! Sechs Spielzeug! Oh, es ist gut! Der Alper-Sport-teil! Weißt du mal, das ist jetzt ein... Der Waler... Heißt das Werbung denn hier, oder was? Wieso? Weiß das doch was auf Slowakisch nicht! Ja! Warte mal, ich mach mal aus! Wir helfen uns! Wie disch? Ja! Er kennt wirklich sehr gut, das Walz! Ich glaube, es wurde enteignet und dann haben wir noch gewohnt, bis er gestorben ist. Ich bin immer begeistert, wenn ich da hingefahren bin. Ich habe heute Rundersprüche gepostet, die sind geil, das geht gar nicht. Ihr müsst euch mal reinziehen, wenn ihr zuhause seid. Wir haben sieben Minuten lang Muttersprüche, das ist richtig heftig. Habt ihr Sex mit der Cousine gesehen? Das war geil. Die Lache von dem Typen ist am besten. Das ist das Beste an dem Ding. Hast du gesehen, Tronja, hast du es angesprochen? Nein, Sex mit der Cousine hat der Arm. Da gibt es einen Post, irgendwo beschreibt einer eine Story über den Sex mit seiner Cousine auf einer Party. Und der Typ, der das vorlesst, kennt die Geschichte schon. Und der lacht sich so kaputt rein. Und dann irgendwie, er schiebt dir seinen Schlumpf irgendwo hin und dann lacht er los und sagt, ich schwöre es euch, da steht Schlumpf. Wie der das rüberbringt. Der Typ ist auch 17, 16 vielleicht. Also er ist richtig geil. Aber was ja auch krass an den einen Typ, der vom TeamSpeak hier... Ja, der war doch behindert, oder? Die Jungs alle... Ja, hä? Was meinst du jetzt? Hey! Schenk doch mal nach! Dann die Rockmusik! Da musst du mal rauskriegen, welcher Clan das ist. Was ist das für ein krasser Typ? Der hat am Anfang so gedroht und so was, dass er meine Mutter töten will und so was. Das war voll... Er hat irgendwelche Judenspräche gezogen oder so. Hat sich hier einer ins TeamSpeak reingeschlichen? Weißt du so, irgendeiner kam als Passwort... Ich denk mal, das ist einer, der Trial-Member ist, weil als Trial-Member kann man das lesen. Genau. Als Trial-Angelegen wahrscheinlich... Von überhaupt einem anderen Clan muss das sein, aber wir haben ja gar keinen Clan, wo gelieft eigentlich. Also gegen Deutsche. Wie kommt man da ein Passwort rein? Ja, das steht im Vogel. Ja, als Trial... Als Super-User kommst du halt rein, weißt? Ne, als Trial als Super-User noch nicht. Als Trial schon? Man müsste vielleicht echt vorher überlegen, ob man erstmal die Trial als Super-User... Oder als PM... Also wir machen das ganz einfach. Du stellst im TS ein, als SA das unregistrierte Channel nicht wechseln dürfen. Ja, genau. Dann sollen sich halt alle registrieren, die sich noch nicht registrieren haben. Oder du setzt ein Passwort ein und schickst es nur per PN. Ja, das brauchst du ja gar nicht. Ich hab auch geile Aufnahmen vom Clenny. Ich hab geile Aufnahmen vom Clenny. Ich hab geile Aufnahmen vom Clenny. Ja, du bist der... Da hab ich voll markiert, ne? Da hab ich kein Headset, ne? Immer nur aufgenommen und dann... Das nimmt der Jod auf! Da hab ich abgeschalten, ne? Weil er mich gekickt hat. Wie dann war ich... Das ist schon wieder jeder, der Idiot, ne? Ratchet, der Arsch hat mich auch aufgenommen, wo ich besoffen im TS war. Das kann ich mir auch noch mal zeigen. Das hat er mir am nächsten Tag nur erzählt. Ja, das ist das... Ja, da mit so einem Touchpad besoffen, das süße Treffen, dieses TS-Zeichen. Das ist richtig schwer. Ich hab fünf Minuten gebrochen, um den TS zu öffnen. Oh, ja, ist hell. Das ist cool. Das ist geil. Schön, die nimmt richtig hell auf hier. Mich? Ja, alles. Alles. Auch dich. Alles. Dann wird dieses Video auf YouTube sein, oder? Ja. Soll ich dir Gedanken machen, dass wenn du dort... Für alle... Ich glaub so. Nein. Nein. Auера. Das ist super. Wie lange sind die Leute in den Ort? Nein? Drei Stunden. Oh nein... Noch ein Fähn? Oh nein. Ich hab noch gar nicht so viel, weil es da auch alles von mein Eltern mitkommen oder so. Ah, das ist jetzt wieder aufstehen. Das ist normal... 2.66. Das ist normal. Das ist normal. Hier fährt er auch mit dem Kiff. Ja, ja, das ist sehr langsam. Ja, ja, ja. Das ist sehr langsam. Ja, ja, ja. Und dann ist es... Fass, 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 fass. Fass, fass, fass. Fass, fass, fass. Fass, fass, fass. Fass, fass. So, you have to take this one. So, now I record, Arling, don't worry. Now I start to record. Ja, der hat gemeint mit so, was normal langsamer heißt, hat er gemeint stehenbleiben. Jetzt, jetzt fahren wir. In der Mitte, ja. Und gar nicht mehr gesackt. Steigt wieder bei seinem Partner heim, der Partner guckt so rüber. Und dann fahren sie los. Die ganze dreispürige Fahrt. Alle Autos standen in einer Reihe, weißt du? Stehen geblieben. Wir waren halt vorne ganz klar. Wir haben's schon gekippt, Alter.